Wir müssen also jetzt wieder mal wieder fliehen. Kann ich nicht einfach den Fahrstuhl nehmen? Nein. Ich muss da hoch, okay. 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 Ich glaube, ich bin tot. Ja, das war's dann wohl. Gut, dann bringen wir uns noch an Sicherheit und dann beenden wir diese auf einer Runde, denn so viel Action kann man nicht lange standhalten. Hopp da! Los, babe! Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Ich soll da hoch, ja. Okay Wie viele Kappbullen da sind Ja genau da wollte ich hin Ach Gott Hm Von da aus kann ich nicht viel machen Spiel Ach Spiel Ah Ah Könnte mir mal das Spiel sagen Wie ich da bitte hochkommen soll Wenn ich den Fahrstuhl nicht benutzen kann Okay ich versuch's noch einmal Und wenn's dann nicht klappt Dann äh Machen wir hier schon den Aufnahmestopp Eieiei ist das blöd Und ich ließe deine Natur Das ist doch viel blöder Ich mein Das ist überall Glas Das ist überall Glas Da kommt man nicht durch Ich muss da oben hin Okay ich benutze diesen Part einfach mal nur um zu gucken Wieso kann ich nicht einfach Hier wieder zurück Los 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 Hm 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 Da ist Glas. Da komm ich nicht lang. Wieso das funktioniert? Mal ernsthaft. Ich frage mich wirklich, wie soll ich da bitte hinkommen? Wow. Wow. Gut. Schlag einfach mal das Glas kaputt. Ist ja nur aus Zucker. Aber das war knapp. Ok, ich weiß jetzt wie es geht. Bring mich oben da los. Wow. So. Oh. Hier ist er schon kaputt. Ok. Aua. Ein Versuch habe ich noch, bevor er erst kaputt geht. Bevor die Bullen kommen. Komm. Da hoch. Ja. Jawoll. Ah. Jetzt muss ich da hoch, oder was? Nur. Aua. Wie soll ich denn da jetzt hoch? Gott. Geh mir das gerade auf den Nerven. Ok. Ein letzter Versuch. Ah. Ich kann das doch nicht jetzt sehen. Die Wenden. Komm. Versuchen wir es nochmal. Ich weiß nicht. pełnie bringe es unten. Also auch noch ständig. Aha. Das war. Dann cham es so rein. Schau. Einemãoer. Geh. Ja. Bet. Alright. Wie komme ich da jetzt hoch? Ah, ich muss da lang. Ach, Leute. Okay. Wir werden einfach hier mal eine Aufnahmepause machen.